Grüßt euch und willkommen zurück zu Dark Souls. Es ist jetzt schon sehr, sehr lange her, dass wir das Spiel gespielt haben. Ich habe mir überlegt, ich werde das Spiel nochmal aufnehmen, mit einer Facecam aufnehmen und das Ganze Let's Play ein bisschen schöner und schneller gestalten. In dem Sinne meine ich nämlich, dass ich das Spiel mit Zwischenschnitten aufnehme beziehungsweise die Parts jetzt mit Zwischenschnitten aufnehme. Das hat in dem Sinn, das hat in dem Grund so viel Sinn, dass das Let's Play nicht mehr so, ich muss das Mikro ein bisschen weiter dahin machen, genau, dass das Let's Play nicht mehr so langatmig ist. Und ich habe es mir ja nochmal angeguckt, es war teilweise für euch sehr langatmig. Da ist viel, viel nichts passiert und nee, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr drauf. Deswegen lasst euch überraschen, ist auf jeden Fall mit Facecam. Ich weiß nicht, in welcher Ecke ich das mache, vielleicht da, wo wir die Anzeige am wenigsten brauchen. Ja, wie gesagt, nochmal kurz mit den Zwischenschnitten will ich so erklären, wenn ich jetzt beispielsweise verrecke und ich muss den ganzen Weg nochmal laufen, dann werde ich die unspannenden Szenen beziehungsweise die langweiligen Szenen werde ich dann rausschneiden und wahrscheinlich, wenn wir dann genau da anfangen, wo ich das letzte Mal gestorben bin, halt so Sachen werde ich das machen. Ihr kennt das ja bei mir schon mit dem Schneiden von The Impossible Game oder von The Deep Cave und so weiter. Also so habe ich mir das überlegt mit dem Schneiden. Es ist halt besser. Ihr habt, die Videos werden dann nicht so ultra-mega-lang, aber dafür sind mehrere spannende Aktionen zu sehen und es ist halt unterhaltsamer, als die ganze Zeit bei so ultra-mega-langen Wegen zu schauen und da habt ihr nichts von, da habe ich nichts von. Von daher, nehmen wir das einfach mal so auf. So, Bier? Nein! Quatsch. Ja, Charakter verwerfen. Schon fast verkackt. Spieladen und zwar Good-Natured Level 53. Ich bin mittlerweile in Anor Londo angekommen. Oder Anor Londor, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich da angekommen. Und unser Charakter sieht ein kleines bisschen anders aus. Ich habe das, äh, Dings hier habe ich, das Feuer und so weiter. Und, äh, hier eine Attacke. Bäm! Und, ja. Ne? Ha, 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 ha. Gut. Äh, ich muss nochmal ganz kurz, äh, was testen. Ich bin sofort wieder da. Ich muss nochmal gucken, ob das mit der Aufnahme funktioniert. Eine Sekunde. So, ich bin wieder da. Und, äh, wir werden jetzt natürlich direkt loslegen. Ich habe mich ein bisschen eingespielt, muss ich zugeben. Und zwar, wir sind jetzt in Anor Londo. Ich habe eine schöne Waffe. Ich habe einen schönen Zauber. Ich habe was vergessen. Der fängt ja schon wieder gut an. Oh, fucking. Shit, fuck. Shit, fuck. Ha, ha, ha. Okay. Moment, ich muss erstmal ganz kurz hier, äh, Ausrüstung aus. Na, Quatsch. Nein. Hier. Nö, 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 nö. Bodenlose Kiste. Ich habe nämlich hier was vergessen. Ähm. Ach, come on. Ja, hier. Da wollte ich hin. Denn ich brauche nämlich noch mein... Talisman habe ich schon. Einstecken. Alles klar. Gut, dann werde ich den nicht auswählen. Was habe ich denn hier? Was habe ich da? Ja. Bogen habe ich. Okay. Dann werde ich das auswählen gegen... Nö, 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 nö. Na, wo ist es denn jetzt? Hier, Talisman. So, schön. Dann habe ich nämlich jetzt Heilung, Feuerwahl und noch so ein Gedöns. Und das hat ja wieder wunderbar funktioniert. Das klappt doch hier. Tipptopp. Ich habe mich, äh, ja mal, ne, ich habe jetzt eine kleine bessere Waffe. Ich habe ein bisschen Menschlichkeit. Ich habe eine bessere Rüstung. Und wir werden voll verrecken. Wir werden voll verrecken. So, wo ist dieser ver... Okay, mal gucken, ob ich den... Ich jump noch hinkriege. Ja. Hui. Schön. So, dann, äh, runter mit dir. Danke. Schön, gell. Ich weiß. Schön. Hahaha. Ahem. Okay, dann. Lasst uns doch mal schauen, ob wir hier runter können. Beziehungsweise. Ich weiß ja, dass wir hier runter können. Ich weiß ja, dass wir hier runter können und so weiter. Ich weiß auch, dass wir da hinten lang müssen. Aber. Ich habe diesen... Ich weiß ja, dass da hinten ein Endboss kommt, ne? Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über das Schapil. Äh, ja. Aber ich habe es bisher noch nicht gebacken bekommen. Dieser Sch... Die schöne Tür aufzumachen. Ich habe es wirklich nicht gebacken bekommen. Aber ist ja auch Jacke wie Hose. Achtung, okkult. Ähm. Weil ich... Bei diesen Rüstungsviechern, die uns mit dem Bogen abschießen, da bin ich verreckt. Aber mittlerweile kann ich auch mit dem Bogen zielen. Es ist ein Traum. Ich habe mich verbessert in diesem Scheißspiel. Hahaha. Alter, das geht ja voll in die Hose an. Nein. Okay. Äh. Dann werden wir nämlich jetzt etwas probieren. Ich habe hier eine neue Waffe hier rechts. Und die ist ultra stark. Die ist sehr, sehr schön stark. Und wir werden uns jetzt erstmal diesen schwulen Gegner anpischen. Ja, komm her, du Pisser. Ja, komm her, du Bixbacke. Ja, komm her. Ohne, dass der Spassi da kommt. Ja, komm her. Nein. Ah, jetzt renne ich schon wieder weg. Du Drecksmuschi. Komm her. Ah, das hat ja wieder wunderbar funktioniert. Fick. Scheiße. Ich kann ausrasten. Könnte ich alles... Komm her. Ich will nicht... Nein. Genau das wollte ich vermeiden. Genau das wollte ich vermeiden. Aber, wofür habe ich denn das? So, ihr Wichser, seid schön vergiftet. Genau, fickt euch. So, ich will nur einen haben. Ja, genau, lauf in das Gip, du Schmock. Ja, komm her. Ja, du Fick. Ich könnte jetzt schon wieder ausrasten wegen dem Spiel. Ach ja, ich habe ja vergessen, wie wunderschön rucklich das Game ist. Ja, hallo. Ja, du kommst jetzt auch her, oder was? Ja, super. Du Wichsbacke. Tot ist er. Ha, ha, ha. Die neue Waffe hat es sehr in sich, muss ich zugeben. So, du kommst jetzt auch her, die Treppe runter. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her, du willst es doch auch, ne? Du Fehler, du blöder Fick. Komm her. Oh, das war ja hier nix. Oh, das war auch nix. Scheißen Dreck. Oh, da, boop, boop, boop. Komm her. Who's your daddy, Biatch? Ich hasse dieses Spiel. Okay, das hätten wir jetzt schon mal geschafft. Noch bin ich nicht gestorben. Das ist ja schon mal ein sehr angenehmes Zeichen. Und zwar sind jetzt hier unten noch diese Scheißer. Den muss ich auch ranpirschen. Die sind so richtig link. Komm her. Ich will nur einen haben. Komm her. Kommst du her. Oh, Baby. Komm her. Mist. Fuck. Das hat ja wieder wunderbar funktioniert. Alter. Die Bitch ist tot. Kommst du her? Okay. Okay. Aber gut. Von mir aus. Dann, äh, macht er halt einen Abgang. Ach, Dreck. Alter. Das ist jetzt scheiße. Etwas. Alter. Die Waffe ist schön. Ich hab vergessen, dass das ja kleine Ficker sind. Ich muss mal kurz was schlucken. Oh, wehe. Ihr denkt jetzt was Falsches. Ist das schön. Hier, so kann das Spiel doch laufen. So mag ich das. So, Kummer. Ja, ich weiß. Ich hab, ich hab genug Kummer hier mit dem Spiel. Versuch's mit beiden Händen halten. Und dann? Ne, ne, ne. Wie war nett. So, du kommst ja her. Da ist ja einer hier links. Und rechts. Und scheiße. Ich muss aufpassen, weil wir werden gleich von Bögen beschossen. Oh, Junge. Das tut mir jetzt leid. Hey. Du Wichsbacke. Komm her. Ist der weg? Alter. Ja, der eine ist. Der eine ist weg. Wieso? Ach ja, genau. Ich hab vergessen, dass das ja diese Mega-Attacke von denen ist. Oh. Hängt da fest. Du kleiner Fickfehler. Kleines Drecksvieh. Wow. Ich muss was schlucken. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Scheiße. Du Wichsbacke, ey. Ist er tot? Das tut mir jetzt aber leid. So, ich muss jetzt mal ganz kurz die Ausrüstung wechseln. Der N. Wo ist da, der Bogen? Den muss ich auswählen. Da oben sind nämlich... Ja, ja. Da oben. Da oben sind sie nämlich. Hä? Funktioniert das so? Tatsache. Hey. 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 Das gibt's nicht. Kleiner Wichser. Okay, ich hab... Das Problem hab ich jetzt hier, denn... Scheiße. Alter. Scheiße. Wow. Ich bin mal weg. Hilfe. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ha, ha, ha. Klar. Okay, ich muss mir ganz kurz von den Wichsern verschwinden. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie ich bei diesen Fotzen vorbeikomme. Jetzt mal ehrlich, die sind nämlich gar nicht so uncool. Äh, die sind gar nicht mal so leicht. Vorsicht, Zangengriff. Moment. Komm ich nicht an den einen irgendwie hier nebenan? Lass mal gucken. Müsst du doch eigentlich... Müsst du doch gehen, oder? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da hinten. Ah, ja. Wow. Ja, klar. Schieß mir... Schieß mir durch die Wand, du Schmock. Ja, genau. Genau, 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 genau. Genau, nee, keine Ahnung. Jungs, Mädels, wir sind am Arsch. Oh, ich kann ja auch hier lang. Nee, kann ich nicht. Oh, scheiße. Ach, Dreck. Hätte ja sein können, dass da was ist. Okay, wie mache ich das denn jetzt, Jungs und Mädels? Wie mache ich das? Was ist das? Was steht hier? Koma. Ihr habt übrigens gesehen, bisher habe ich noch nicht geschnitten. Versuch's mit beiden Händen vor dir halten. Ja, fick mich doch in den... Scheiße. Scheiße. Ja, super. Ja, klar. Jungs, Mädels, wir sind am Arsch. Jungs, Mädels, wir sind am Arsch. Wir sind echt am Arsch. Scheiße. Fuck. So, wie mache ich denn das jetzt? YOLO! 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 Hilfe! Hilfe! Fick mich! Hilfe! Scheiße. Okay, versuch's mit Köder. Ja, aber fuck. Habe ich einen Köder? Ich habe keinen Köder, gell? Nein! Ich habe keinen Köder. Ja, leck mich am Arsch. Ja, das funktioniert ja wunderbar. Ha! Haben aufgehört. So, wie komme ich jetzt bei den Wichsern vorbei? Kann ich den abschießen? Nein! Wie viel Platz habe ich denn noch? Oh, oh. Oh! Dreck! Okay, das wird zunächst... Scheiße. Wie mache ich das denn jetzt? Scheiße. Fuck it! Hilfe, 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 Hilfe. Da muss ich doch irgendwie hochkommen, reinkommen. Ah! 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 Neuuuun! Fuck! Och, warum? Warum? Ich hasse es jetzt schon. Ich hasse es jetzt schon. Ohne Mist. So ein Scheißdreck. Anor Londo heißt der Scheiß übrigens. Fuck! Scheiße. Okay. Ich würde es aber sagen, das war ein guter Einstieg für den ersten Part. Äh, in dem Sinne mache ich hier einen Schnitt. Und ich mache mich mal schlau, wie ich da an diesen Wichsern vorbeikomme. Und dann, äh, geht's los. Hahaha. Also, meine Lieben, ich wünsche euch was. Haut rein und, äh, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.